Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Islam. Meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, fühlst du dich alleine gelassen? Denkst du manchmal, dass es keine Hoffnung mehr gibt? Hast du mit deiner Gesundheit Probleme? Hast du finanzielle Sorgen? Hast du Trauer? Hast du vielleicht eine Sucht? Alkohol, Drogen, Zigaretten, Spielsucht, Begehst du Unzucht? Hast du Depressionen? Es gibt Hoffnung, liebe Geschwister. Es gibt Hoffnung, liebe Geschwister. Stehe auf und lass ein paar Tränen fließen für Allah, te barakatuh, ta'ala. Lass ein paar Tränen fließen für Allah, te barakatuh, ta'ala. Und bitte deinen Herrn mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, dass er dir hilft und dass er dich aus dieser Situation befreit. Denn Allah, te barakatuh, ta'ala, sagt im Koran, Allah prüft keine Seele eines Dieners mit etwas, das er nicht ertragen kann, sondern nur mit dem, was er ertragen kann. Möge Allah, te barakatuh, ta'ala, mit uns zufrieden sein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.